Kommen wir jetzt zum dritten Teil für heute. Das sind so die Besprechung der physikalischen Grundlagen, was Sie vielleicht, vielleicht auch nicht, aber ich sag mal, wenn Sie es nicht mehr wiederfinden im Gedächtnis aus der Schule, sich relativ schnell auch wieder aneignen können. Das würde ich gerne noch kurz besprechen mit Ihnen, bevor wir dann für heute dann auch soweit durch sind. Ganz am Ende würde ich noch kurz was erläutern zu der Vorlesung oder Übungsstunde am Freitag, was wir da Ihnen anbieten, sodass Sie selber entscheiden können, ob Sie am Freitag dann kommen oder nicht. Okay, physikalische Grundlagen und Begriffe im Bereich des Wärmeschutzes sind das natürlich vor allem die Teile der Wärmeleitung beziehungsweise der Wärmespeicherung. Auch da möchte ich jetzt mal mit Bezug nehmen auf das Tabellenbuch, was Sie sich herunterladen können. Das sehen Sie jetzt hier links. Das heißt, wir sprechen bei den Grundlagen Wärme, die Sie vielleicht wiederfinden könnten, sollten, werden, mit Sicherheit, über die Seiten ganz am Anfang des Kapitels Wärmeschutz. Also Sie sehen jetzt hier zum Beispiel, naja, relativ simpel, die Definition der Temperatur. Das spielt jetzt für uns in der Bauphysik, wie Sie sehen, werden dann im Weiteren gar nicht so die große Rolle, ob das jetzt eine Temperatur in Grad Celsius ist oder eine Temperatur in Kelvin, weil wir eigentlich im Weiteren immer nur über Temperaturdifferenzen sprechen und dann ist es unerheblich, ob das eine Temperaturdifferenz in Grad Celsius oder Kelvin ist, weil der Schritt ein Grad Celsius oder Temperaturdifferenz von einem Grad Celsius genauso groß ist wie der Temperaturschritt von einem Kelvin. Nur der Nullpunkt liegt woanders. Und in der Physik hat es sich eben eingebürgert, sozusagen in Kelvin zu rechnen. Deswegen werden wir als Einheit von Temperaturdifferenzen in den ganzen Formeln, die Sie weiter hinten finden werden, oder auch jetzt hier zum Beispiel unten finden in der Formel 2, 1, 3, 1, sehen Sie auch das K für Kelvin. Damit ist dann immer die Temperatur gemeint. Wie gesagt, von den Größen, Sie sehen auch in der Aufgabenstellung dieser kleinen Übungsaufgabe, dass da Grad Celsius steht, ist für uns, was die Rechenpraxis angeht, nicht relevant. Also um was geht es im Bereich der physikalischen Grundlagen? Es geht um auch das Wiederauffrischen von sowas wie Temperatur. Das haben wir jetzt gemacht. Wer das vertiefen will, findet ein Video. Die Frage kam ja eben, da ist das dann auch nochmal erklärt, weil manchmal schmeißt man das mit Fahrenheit durcheinander und denkt, das ist irgendwie auch noch eine Umrechnung, die man da machen müsste. Haben wir nicht. Also Kelvin ist die Einheit, die wir da brauchen. Wir müssen sowas wiederfinden wie die Rohdichte. Die spielt mit eine Rolle. Was ist die Rohdichte, Masse durch Volumen zum Beispiel. Also alles relativ simple Dinge. Das, wo es dann schon ein bisschen konkreter wird, das ist der Wärme, die Definition der Wärmeenergie oder thermischen Energie. Und darauf bezieht sich eben auch die Aufgabe im Heft, die Sie hier sehen. Wenn wir uns da mal die erste Teilaufgabe anschauen, welche Wärmemenge Q wird in einem Vollziegel mit einer Rohdichte von 1600 Kilo pro Kubikmeter, mit den Abmessungen, die da stehen, bei einer Erwärmung von 15 auf 45 Grad Celsius gespeichert. Naja, und die passende Formel dazu, die sehen Sie jetzt hier links im Tabellenbuch. Das ist diese Formel 2131 mit einer Erklärung drumherum. Ja, also eine Kurzerklärung. Insofern ist dieses Tabellenbuch, was wir Ihnen empfehlen und was Sie sicher als PDF kostenlos runterladen können, aus meiner Sicht ein guter Kompromiss aus kurzer Erklärung dazu und nicht nur die Formel. Das heißt, die gleiche Formel finden Sie auch in so bautypischen Tabellenbüchern, Schneider-Bautabellen. Das ist das Tabellenbuch, was wir im Fachbereich häufig verwenden. Das ist dieses rote dicke Ding. Da steht dann wirklich alles drin. Nicht nur Bauphysik, aber da müssen die Erklärungen natürlich kürzer sein. Das heißt, so ein bauphysikalisches Tabellenbuch ist, finde ich, ein ganz guter Kompromiss. Die Erklärungen sind nicht zu ausufernd, zu akademisch, sondern kurz und knapp. Und natürlich die Formel. Das heißt, wenn wir uns jetzt diese erste Teilaufgabe mal ein bisschen überlegen. Es geht um die Wärmemenge Q. Delta Q ist jetzt die Formelbezeichnung links, die eingespeichert wird. Für die Formel brauchen wir die Masse, wir brauchen die Temperatur oder Speicherfähigkeit, die Wärmekapazität C. Und wir brauchen eine Temperaturdifferenz Delta Theta. Weil das hier, dieses Gekringel, was Sie da sehen, das ist der griechische Buchstabe für T. Ich sage manchmal, wenn es einfach wird, macht es die Physik kompliziert dadurch, dass sie griechische Buchstaben einführt. Deswegen werden Sie bei mir auch häufig finden, wenn ich das jetzt einfach mal so beginne zu der ersten Aufgabe, dass man dann sagt, Delta Q ist gleich Masse mal Speicherfähigkeit mal Delta T. So würde ich das dann schreiben. Das ist dann das gleiche wie Delta Theta. Dieses Delta, dieses Dreieck davor, das hier zeigt uns eigentlich, dass es um eine Differenz geht. Temperaturdifferenz in dem Beispiel. Und dass dann hier die Änderung der Wärmeenergie damit gemeint ist, mit diesem Theta vor dem Q. Das heißt, Quatsch mit dem Delta vor dem Q. Also Delta Q, die Änderung der Wärmeenergie kann ich berechnen über die konstanten Masse und Wärmekapazität und die Veränderung der Temperatur Delta T. Ja, mehr ist es nicht. Das heißt, wenn wir jetzt hier in der Aufgabe, das ist dann so die klassische Herausforderung für eine Klausur, eine eigentlich einfache Sache ein bisschen komplizierter machen, dann besteht für Sie die Herausforderung darin, die Formel gehört dazu. Und dann zu sagen, okay, wie komme ich an die Masse? Und an die Masse komme ich über die Rohdichte und das Volumen. Ja, das heißt, ich habe die Formel, die da drüber steht, 2, 1, 2, 1. Und dann kann ich nämlich jetzt sagen, die Rohdichte ist gleich Masse durch Volumen, beziehungsweise Masse ist dann gleich die Rohdichte mal das Volumen. Und das Volumen meines Mauerwerksteins ist ja angegeben, die Rohdichte ist angegeben. Das heißt, ich könnte jetzt die Masse berechnen aus den 1600 Kilogramm pro Kubikmeter. Und keine Angst, wir werden jetzt nicht solche Aufgaben permanent rechnen, nur um zu erklären, wie Sie selber damit umgehen können. Und damit ich dann auch, was die Einheiten angeht, dem Ganzen treu bleibe, ich setze mal überflüssigerweise eine Klammer, dann sind das die 24 Zentimeter mal die 11,5 mal die Dicke 7,1. Nur, dass ich das Ganze dann eben in Metern einsetze, damit die Kubikmeter sich einfach wegkürzen oder wegfallen, in der Formel. Und dann erhalte ich die Masse. Das Ganze überlasse ich Ihnen, das dann auszurechnen. Und dafür sind dann genau diese Videos gedacht. Das heißt, die einen fallen jetzt in einen noch tieferen Schlaf, als sie ohnehin schon waren. Das kann sein. Die anderen sagen, so präsent ist mir das Ganze jetzt dann doch nicht. Und dann können diejenigen, für die das Ganze noch nicht mehr, also nicht mehr ganz so präsent ist, sich diese Aufgabe in Vorbereitung dann auf die nächste Vorlesung selber angucken. Und wenn sie für sich selber sagen, ja, habe ich wieder parat, wenn es darauf ankommt, die nutzen die Zeit anderweitig und sinnvoller. Und so würde ich das gerne mit Ihnen machen, wenn ich also solche Sachen sehe oder sage, die sind für uns wichtig, um weiter voranzukommen, aber so einfach, dass es Ihnen selbst zuzutrauen ist, sich das nochmal anzugucken, dann gibt es in der Regel ein Video dazu oder mehrere Videos dazu. Und ich erwähne explizit, das schreibe ich dann nicht jedes Mal dran, aber ich sage dann, gucken Sie sich die Aufgaben hier an, aus dem Kapitel, gucken Sie sich das Video dazu an, nehmen Sie sich das Tabellenbuch dazu und dann erarbeiten Sie sich die Aufgaben selber von der sehr einfachen Aufgabe 1 bis hin zu der Aufgabe 5, wo es dann auch darum geht, da geht es dann um Phasenwechsel, also den Wechsel von Aggregatzuständen, da geht es um Eis, also es geht um flüssiges Eis und um festes, also es geht um flüssiges Wasser und um festes Wasser, was man auch Eis nennt, weil da auch wieder Energie nötig ist, um diesen Phasenwechsel zu bewirken, ohne dass sich eine Temperaturveränderung ergibt. Idealerweise versuchen Sie sich erst mal selber an der Aufgabe und kontrollieren sich über das Video oder Sie sagen, ich komme hier nicht weiter, keine Ahnung, was der mit seinem Eis da will, dann gucken Sie sich das Video an und können dann eventuell die Sachen lösen und verstehen es dann, was das damit auf sich hat oder eben nicht. Und wenn Sie nicht weiterkommen, guck gerade mal so, wenn Sie nicht weiterkommen, dann mit der Lösung einer Aufgabe, dann ist das völlig in Ordnung und gut so, dass Sie das feststellen für sich selber und nehmen die Frage mit in die nächste Vorlesung, idealerweise dann in die Freitagsrunde, weil da werden solche Themen dann nochmal lang und breit nach Ihrem Bedürfnis mit Ihnen besprochen. Das heißt, wenn Sie jetzt diese Aufgabe vorbereiten oder diese Aufgaben vorbereiten und sagen, ich kann diese Aufgaben vier und fünf finden, nicht lösen, ich finde den Schlüssel nicht zur Lösung dieser Aufgabe, dann nehmen Sie die Frage mit in die Freitagsveranstaltung und stellen da die Frage und können sicher sein, dass Sie nicht der Einzige sind oder die Einzige sind, die die Frage hat, Sie vielleicht nur die Einzige sind, die diese stellt. Und so ist es gedacht. Eben kam die Frage, was mache ich mit den Videos, soll ich mir die jetzt angucken oder was mache ich damit? Es gibt Videos, die sind zur Vorbereitung gedacht, dann erwähnen wir das auch oder es geht aus dem Zusammenhang hervor und es gibt Videos, die Themen nochmal wiederholen, die sind dann eher zur Nachbereitung gedacht oder zum Auffrischen dann irgendwann später im Semester. Also in den drei Fällen finden Sie Videos im OLAT-Kurs. Und so sieht dann auch die Arbeitsweise aus. Sie haben das Tabellenbuch digital geöffnet oder als Papier sich gekauft. Sie haben das Arbeitsheft vor sich liegen, gucken sich ein Video an, erarbeiten eine Aufgabe, haken dran, fertig. Wenn Sie Probleme haben, notieren Sie sich die, bringen Sie mit. Ja, das sage ich jetzt nur einmal, weil das ist ja irgendwie so ein bisschen auch selbsterklärend und insofern. So ist es gemeint. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, da müssen Sie wirklich nochmal für sich selber die Sicherheit haben, ob Sie das verstehen und die Begriffe auch definieren können. Das ist der Unterschied oder eben auch nicht Unterschied zwischen den Begriffen Arbeit, Energie und Leistung. Ja, also da auch nochmal reingucken, wenn Ihnen nicht klar ist, wo ist der Unterschied zwischen Leistung und Energie. Das sind die für uns in der thermischen Bauphysik wichtigen Begriffe. Arbeit ist ein Synonym für einen dieser Begriffe. Wir verwenden die Begriffe Wärmeenergie und thermische Leistung oder Heizleistung, wenn wir nachher drüber reden, wie viel Heizleistung, wie viel Power braucht denn so eine Heizung im Haus oder wie viel Heizleistung braucht eine Fußbodenheizung pro Quadratmeter, dann sprechen wir von thermischer Leistung, Heizleistung und wir sprechen von Wärmeenergie, Wärmemenge, kann auch ein anderer Begriff sein, den wir verwenden. Also eigentlich auch Begriffe, die Sie aus der Schulphysik schon kennen müssten, die aber vielleicht einfach zu lange weg sind, was nicht schlimm ist. Wichtig ist, gucken Sie es an, es gibt da auch ein Video zu, das finden Sie auch im Kurs, das ist jetzt nicht über den QR-Code verlinkt, aber wenn Sie bei YouTube die Begriffe Energie und Leistung eingeben, dann werden Sie wahrscheinlich eine große Trefferzahl finden, gute Erklärvideos, die den Unterschied zwischen Energie und Leistung definieren. Ganz kurz gesagt, Energie ist quasi ein Zustand, also ein Stoff wie unser Ziegelstein eben, der hat dann bei einer bestimmten Temperatur enthält dieser Ziegelstein eine Wärmemenge. Ja, die ist in ihm. Das ist also eine Beschreibung eines Zustands. Wenn ich den erwärmen möchte, wenn ich also die Temperatur, den Zustand, das Energielevel, die Wärmemenge ändern möchte, dann muss ich Leistung reinstecken. Ja, dann muss ich Heizleistung reinstecken, wenn ich ihn erwärmen möchte. Ich kann Heizleistung entnehmen, wenn der Stein abkühlt. Also Leistung hat immer auch was mit Zeit zu tun. Insofern ist das eigentlich so mal ganz knapp gesagt der Unterschied zwischen Energie und Leistung, was dann auch nochmal in dem Text da erklärt ist, nur dass Sie die Begriffe auseinanderhalten können, wenn wir im Weiteren darüber sprechen. Also auch das, wie gesagt, überlasse ich Ihnen, sich das nochmal anzuschauen. Formeln gibt es da gar nicht großartig zu, finden Sie aber sonst auch hier. Und was dann das nächste Thema ist, in welcher Einheit machen wir das Ganze? Und das ist vielleicht der größte Unterschied zur Schulphysik, wo Sie im Bereich der Energie eigentlich normalerweise gerechnet haben müssten mit Joule oder Kilojoule oder sowas. Das ist eigentlich die originäre Einheit. Im Bereich der Bauphysik, der Wärmelehre, verwenden wir eigentlich, wir verwenden definitiv eine andere Einheit, nämlich die Einheit, die Sie auch auf Ihrer Stromrechnung finden, die Sie auf Ihrer Heizkostenabrechnung finden, nämlich Kilowattstunden. Das ist die gebräuchliche Einheit für uns, für eine Wärmemenge, für eine Energie, für den Bereich Bauphysik. Und ich kann das eine natürlich in das andere umformen. Und das müssen wir an der einen oder anderen Stelle auch mal machen. Und das Einzige, was man da wissen muss, auswendig oder nachschlagen, ist, ist das hier, dass ein Watt nämlich die Leistung von einem Joule pro Sekunde ist. Weg. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss, weil dann kann ich problemlos Joule in Kilowattstunden umrechnen und umgekehrt, wir werden das an der passenden Stelle schon mal machen oder dann machen. Und in dem kleinen Absatz hier ist beschrieben, wie man das so einsortieren kann, wie viel das so ist. Auch das ist etwas, was Sie im Nachgang zu der Veranstaltung heute sich mal anschauen sollten, um ein bisschen einschätzen zu können, was ist denn jetzt überhaupt ein Watt, was ist ein Joule, was ist ein Kilowatt, weil mit Kilowatt als Leistung, Watt ist die Einheit der Leistung, also wir werden auch Watt oder Kilowatt verwenden für die Leistung und Kilowatt kennt man vielleicht aus dem Automobilbereich, da kennen Sie vielleicht auch die Einheit Pferdestärken, PS, und in Klammern steht dann dahinter 80 kW oder 110 kW, 120 kW Kilowatt Leistung dieses Motors, dieses Autos, Sie kennen vielleicht noch den Aufdruck auf Glühbirnen alter Bauart, da steht auch 100 Watt Glühbirne, also 100 W, 100 W steht da drauf, das ist dann eine elektrische Leistungsaufnahme dieses Leuchtmittels, also wir werden sowohl im Bereich der Leistung als auch der Energiemenge mit Watt beziehungsweise Kilowatt oder wenn die Zeit mit reinkommt Kilowatt Stunde rechnen, das sind unsere Einheiten, und an einer Stelle relativ weit hinten, drittletzte Veranstaltung werden wir umrechnen müssen, explizit umrechnen müssen, um das Thema der Umrechnung Joule Kilowatt Stunde hinzukriegen, da werden wir so einen Umrechnungsfaktor explizit brauchen, es gibt vorher im Arbeitsheft so ein bisschen Aufgaben, um damit rumzuspielen, aber das können Sie sich selber anschauen. So, das sind die Teile, die Sie vorbereiten oder nachbereiten sollten, jetzt zur Veranstaltung heute. Da geht es um Begrifflichkeiten, ein bisschen auffrischen und da kommen gleich noch ein paar Aufgaben zu, die können Sie machen, wenn Sie möchten, damit Sie so ein bisschen, je nachdem wie lang es her ist, dass Sie da tätig waren, rechnerisch so ein bisschen Fingerübungen machen können und die Begriffe mal berechnen können. was wir hauptsächlich brauchen im ersten Semester sind Wärmetransportvorgänge. Ja, wir möchten berechnen, Sie sollen berechnen, das Energiekonzept eines Einfamilienhauses, das heißt, wenn ich wissen will, wie viel Energie brauche ich zum Beheizen meines Hauses, dann muss ich wissen, wie viel Energie verliert mein Haus, naja, und das verliert Energie, in Anführungsstrichen verliert, indem Wärme transportiert wird, vom warmen Innenraum nach außen in die Umgebung. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen, welche Wärmetransportmechanismen gibt es und es gibt drei Stück, Entschuldigung, verrutscht, ja, es gibt drei Wärmetransportvorgänge und alle drei tauchen eben auch auf im Bereich des Gebäudes. Der für uns wichtigste, würde ich mal sagen, Transportvorgang ist der der Wärmeleitung, deswegen ist da auch so ein Kästchen drum. Bei der Wärmeleitung wird Wärmeenergie transportiert, aber kein Stoff. Anders als bei der Konvektion, die wir gleich kennenlernen. Bei der Wärmeleitung stellen Sie sich vor, Sie halten einen Nagel in der Hand oder im Finger und halten den Nagel über eine Kerze, dann wird sich sicherlich der Nagel, das Metall über der Kerze erwärmen, es wird heiß werden und die Wärmeenergie wird dann geleitet entlang dieses Metalls. Es werden keine Metallmoleküle transportiert, sondern die Schwingungen, letzten Endes ist Wärme nichts anderes als eine Schwingung im Bereich der Moleküle oder Atomebene auf der Ebene, die werden weitergegeben, die Wärme wird weitergeleitet, könnte man sagen, ohne dass ein Stoff transportiert wird. Das ist sicherlich der bedeutendste Transportvorgang. Wir werden uns gleich noch Gedanken machen, wo finden wir den Transportvorgang denn überall im Gebäudebereich. Wann erfolgt ein Wärmetransport über Wärmeleitung? Erstmal ein Druckfehler. Wärme wird immer transportiert, das gilt für alle Transportvorgänge, wenn ich eine Temperaturdifferenz habe. Wenn drinnen genauso warm ist wie draußen, wird keine Wärme transportiert. Und dieser Transport erfolgt immer vom höheren Potenzial, also der wärmeren Seite zur kalten Seite. Und wie schnell das vonstatten geht, das hängt einzig und allein vom Material zusammen. Das heißt, die wesentliche Kenngröße, die wir da brauchen, auch im Weiteren ist die sogenannte Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs oder eines Stoffs generell. Und auch das ist wieder was, das finden Sie auch im Tabellenbuch. Ich gehe jetzt mal an irgendeine x-beliebige Stelle da. Da sehen Sie zum Beispiel für Böden unten verschiedene Wärmeleitfähigkeiten oder gehen wir mal nach oben. Mauerwerk, Putze, Scharfuren brauchen wir nicht. Gehen wir mal in den Bereich der Putze, also Verputzmaterialien. Da sehen Sie so ein Gipsputzmörtel hat eine unterschiedliche Rohdichte zwischen 900 Kilo pro Kubik und 1500 Kilo pro Kubik und die Wärmeleitfähigkeit schwankt entsprechend der Rohdichte. Das ist dann die Spalte 3. Das heißt, die liegt in dem Bereich der Gipsputze als Beispiel zwischen 0,3 und 0,56 was Watt pro Meter Kelvin. Watt pro Meter Kelvin. Watt ist die Einheit der Leistung, Meter ist die Einheit einer Ausdehnung, einer Dimension und Kelvin ist Temperaturdifferenz. Das heißt, um eine Temperaturdifferenz von einem Kelvin aufrecht zu erhalten, muss ich, wenn ich eine Wärmeleitfähigkeit von 0,56 habe, 0,56 Watt Leistung reinbringen. Wenn ich einen Innenraum habe, ich will den 1 Grad wärmer haben als Außen und ich hätte eine Trennung durch ein Gipsputzmörtel, mehr nicht und dieser Gipsputz ist 1 Meter dick, sagen wir mal, damit die Einheiten rausfallen, dann brauche ich eine Heizleistung in diesem Raum von 0,56 Watt. Watt pro Meter Dicke des Stoffs pro Kelvin Temperaturdifferenz zwischen kalt und warm. Mehr ist es nicht. Fertig, jetzt haben Sie das gesamte Wissen, was Sie für Physik 1 brauchen. Wir machen es jetzt nur ein bisschen komplizierter, weil unsere Außenwand besteht selten aus einem Material, sondern aus mehreren Materialien. Die Außenwand muss nicht ein homogenes Material sein, sie kann inhomogen sein und so weiter und so fort. Aber der Grundzusammenhang ist derjenige hier über die Wärmeleitung. Und das ist hier erklärt, Wärmeleitfähigkeit ist die Materialgröße und gibt an, welche Wärmemenge innerhalb einer Stunde bei einer Temperaturdifferenz von einem Kelvin durch eine 1 Meter dicke Schicht Fläche 1 Quadratmeter übertragen wird. Wenn die Fläche doppelt so groß ist, ist die Wärmemenge doppelt so groß. Wenn die Temperaturdifferenz doppelt so groß ist, wird die Wärmemenge doppelt so groß wohl sein. Wenn die Schicht halb so groß ist, halb so dick ist, dann wird die Wärmemenge doppelt so groß sein. Also simpler geht es kaum. Wir brauchen nur einmal an einer Stelle die Logarithmustaste im Physikkurs. Also ganz simple Mathe, was wir hier machen. Wichtigste Kenngröße Wärmeleitfähigkeit. Jetzt geht es auch darum, so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen. Gucken Gucken wir uns mal an. Typisches Material wäre zum Beispiel Stahlbeton. Gucken wir uns mal an. Die Zeile 6 und 7 Das hängt jetzt davon ab, wie viel Stahl da drin steckt. Je nachdem Wärmeleitfähigkeit 2,3 oder 2,5 behalten wir mal im Hinterkopf. Das heißt 1 Meter Stahlbeton 1 Kelvin Temperaturunterschied brauche ich 2,5 oder 2,3 Watt pro Quadratmeter Fläche. Jetzt gucken wir uns mal Wärmedämmstoffe an. Hier sind die Wärmedämmstoffe verschiedener Art und Weise. Was das alles ist, sehen wir dann noch. Nehmen wir mal einen expandierten Polystyrol Schaum. Das sind die Zeilen 8 bis 12. Da haben wir dann eine Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,031 und 0,052. Je welches Material ich da habe. Wenn wir jetzt mal sagen, wir haben eine 0,05 Wärmeleitfähigkeit 0,05 dann ist die Wärmeleitfähigkeit von Stahlbeton im Vergleich dazu das wie viel Fache 0,05 mal x ist gleich 2,5 also für die die schlecht im Kopf rechnen sind so wie ich 2,5 geteilt durch 0,05 das heißt Stahlbeton ist 50 mal besser Wärmeleitfähig als eine Wärmedämmung oder anders gesagt wenn sie den gleichen Dämmeffekt haben wollen mit Stahlbeton brauchen sie eine Schicht die 50 mal dicker ist oder andersrum eine Stahlbeton Wand mit einer Stärke von 50 Zentimetern dämmt genauso gut wie 1 Zentimeter Wärmedämmung also das ist so die Bandbreite bei mineralischen Baustoffen Stahlbeton Bau ist da schon sehr gut wärmeleitfähig wenn wir uns Metalle angucken dann liegen wir da noch drüber und das macht wiederum punktuell ein Problem wenn wir an Fassaden denken wenn wir an Metallrahmen Konstruktionen denken bei Fenstern zum Beispiel wenn ich also filigrane Konstruktionen mit einer hohen Steifigkeit haben will sind das super Wärmeleiter das muss ich lösen thermisch so also Wärmeleitung die dominierende das dominierende Transport Prinzip im Bereich der Bauphysik Ihnen fallen tausend Sachen ein wo das so stattfindet wenn ich jetzt den erwärmten Nagel transportieren würde ich würde ihn in die Hand geben dann transportiere ich die in dem Material enthaltene Wärmemenge auch ich gebe Ihnen den Nagel und das nennt sich dann Konvektion das funktioniert nicht mit Nägeln ist auch klar sondern funktioniert zum Beispiel im Bereich der Fußbodenheizung da erwärme ich Wasser beim Heizwärmeerzeuger dann pumpe ich das warme Wasser zum Heizkörper und mit dem warmen Wasser auch die darin enthaltene Wärmemenge da kühlt dann der Heizkörper ab gibt die Wärmemenge in den Raum ab und das abgekühlte Wasser fließt wieder zurück das heißt ich habe Konvektion Wärmeströmung nennt sich das in Kombination mit einem Stofftransport das kann Wasser sein das kann aber auch zum Beispiel Luft sein wenn ich jetzt dran denke Heizungen sind in der Regel unterhalb des Fensters angebracht sie kippen das Fenster kalte Luft kommt rein die Luft wird erwärmt durch den Heizkörper und dann baut sich so ein Kreislauf aus die warme Luft steigt nach oben kühlt dann letzten Endes ab fällt wieder runter weil sie schwerer wird fließt dann zurück und erwärmt sich dann letzten Endes hier wieder im Bereich der Heizung und so ein Heizkörper der über Konvektion funktioniert hat auch einen eigenen Namen das ist nämlich ein Konvektor er gibt die Wärme überwiegend dadurch ab dass Luft erwärmt wird und die Luft wird transportiert das ist ein zweiter Transport Mechanismus und die Formel dafür ist auch relativ simpel warum die kennen wir eigentlich schon weil die Wärmemenge die transportiert wird ist die Wärmemenge die im Stoff steckt und da hatten wir eben wenn wir da nochmal zurück da hatten wir hier in der Formel 2 1 3 ja schon die Wärmemenge berechnet die in einem Stoff steckt naja und wenn ich jetzt den Stoff transportiere dann wird die Wärmemenge damit transportiert das heißt es gibt keine eigene Formel dafür die Frage ist nur wie viel Stoff wird transportiert das ist dann die Frage also wenn ich diese Warmwasser Heizung zum Beispiel nehme dann ist die Frage nicht nur wie warm ist das Wasser was im Bereich des Brenners erzeugt wird sondern wie viel Liter pro Sekunde wie viel Kilogramm pro Sekunde Wasser wird denn gepumpt zum Heizkörper mit welcher Temperatur und da kühlt dann das Wasser ab dann habe ich eine Temperaturdifferenz Delta T die brauche ich das gleiche Volumen fließt zurück das heißt ich habe einen Volumenstrom ich habe eine Masse pro Zeit und ich habe eine Temperaturdifferenz und kann mir darüber die Energiemenge berechnen die in den Raum abgegeben wird kann sein dass es jetzt zu schnell geht für sie vielleicht es reicht wenn sie sagen oder das Gefühl haben ja ich weiß was der meint wir werden das noch konkreter beleuchten ich will ihnen nur zeigen wie einfach es ist also Wärmeströmung Konvektion ist der zweite Transportmechanismus und der dritte und letzte Transportmechanismus das ist die Wärmestrahlung das ist der Transportmechanismus warum es auf der Erde warm ist weil die Sonne scheint ja sie werden sicherlich mir recht geben und sagen okay dazwischen wird befindet sich nahezu ein Vakuum es kann also keine Wärmeleitung sein und es kann auch keine Konvektion sein sondern der Wärmetransport erfolgt da über Wärmestrahlung und Wärmestrahlung erfolgt immer dann wenn ich Oberflächen unterschiedlicher Temperatur habe da steht keine Formel zu recht nicht weil wir werden nicht explizit die Wärme den Wärmetransport Strahlung berechnen er spielt mit rein aber wir werden nicht explizit die Wärmemenge berechnen die durch Wärmestrahlung transportiert wird mit einer Ausnahme weil es nicht so dominant ist also dieser Transportmechanismus wenn ich jetzt wissen will wie viel Wärme verliert mein Haus dann steckt der in anderen Transportmechanismen und Vereinfachungen mit drin das steht dann auch im letzten Absatz das Wärmestrahlung der Transport wird meist vereinfacht berechnet oder bilanziert weil er woanders mit drin steckt und damit eingerechnet wird wo man sich das zunutze macht ist im Bereich der sogenannten Strahlungsheizungen und das ist eine die Sie hier sehen das ist ein Querschnitt durch eine Decke Sie haben oben den Bereich des Heizestrichs diese Punkte sollen wasserdurchflossene Rohre oder Leitungen sein dadurch wird die ganze obere Estrichschicht also das Ding hier nennt sich Estrich und wenn das warm wird dann nennt man blöde Fragen gibt es nicht das kennen Sie haben Sie bestimmt schon Sie sagten ja dass die Wärmestrahlung nicht separat berechnet wird beziehungsweise bilanziert wird die ist aber nicht bei den Stoffwerten schon mit eingerechnet oder sprich bei Wärmeleitfähigkeit nein Wärmeleitfähigkeit wird bestimmt ohne Strahlungsanteil der Versuch dazu ist recht simpel den finden Sie auch im ODAT-Kurs wie man die Wärmeleitfähigkeit bestimmt können Sie sich gerne angucken und Strahlungstransport steckt da nicht mit drin das taucht an einer anderen Stelle auf werden wir auch darüber sprechen das ist beim Wärmeübergang also es gibt sogenannte Wärmeübergangs Widerstände da steckt Strahlung zum Beispiel mit drin ansonsten kann ich auch zum Beispiel sowas wie solare Wärmegewinne berechnen später das werden wir tun also Wärmestrahlung auf mein Gebäude ich sammle das ein das kann ich berechnen das werden wir auch berechnen aber die Formeln dafür sind stark vereinfacht alles klar so das wie gesagt Fußbodenheizung ist ein Strahlungsheizung ich habe eine große Fläche wenn ich eine große Fläche habe die Energie übertragen kann dann muss die Temperaturdifferenz nicht groß sein wenn ich einen kleinen Heizkörper habe mit einer kleinen Fläche muss die Temperaturdifferenz größer sein um die gleiche Wärmeleistung zu erbringen insofern sind Fußboden oder Flächenheizungen ich kann auch Wandheizungen bauen haben auch einen energetischen Vorteil werden wir dann später bei der Energiebilanzierung sehen haben aber auch einen Nachteil sind relativ träge es gibt auch eine Aufgabe in dem ersten Kapitel hier da sollen sie berechnen wie viel Energie müssen sie erstmal in den Estrich reinstecken damit der von kalt zu warm wird denn überhaupt das ist ja auch ein zementgebundenes Material die Dicke liegt vielleicht so bei 5,5 6 cm das heißt da erwärmen sie schon ganz schön viel Masse erstmal bevor die Oberfläche des Estrichs ja wie warm muss die eigentlich sein die muss so warm sein dass sie letzten Endes immer von warm zu kalt denken ihnen als Person ist kalt wenn ihr Körper ihre Oberfläche Wärme verliert zu viel Wärme verliert wie verliert ihr Oberfläche Wärme unter anderem durch Wärmestrahlung das heißt wenn sie kalte Oberflächen um sich drum herum haben dann verliert ihr Körper viel Wärme und die Luft kann vielleicht warm sein um sie herum aber sie fühlen sich bin ich wieder da jetzt ok habe ich so einen tollen Witz erzählt nee quatsch keine Ahnung gut danke für den Hinweis ja also Fußbodenheizung wie warm müssen die sein die sollen verhindern dass ihr Körper zu viel Wärme verliert die sollen gar nicht die Luft Temperatur in ihrem Raum so warm machen die erwärmen natürlich ein bisschen auch über Konvektion und so weiter die Raumluft Temperatur aber der Vorteil ist dass sie die Oberfläche ihres Körpers weniger Wärme verlieren wenn sie eine warme Oberfläche haben und da weniger Wärme abfließt wie warm ist jetzt ihr Körper ihre Oberfläche naja die wird jetzt nicht 37 Grad warm sein sondern die wird vielleicht 32 33 Grad warm sein und das ist auch der Grund weshalb wenn sie die Oberfläche einer modernen Fußbodenheizung in einem gut gedämmten Gebäude anfassen ihnen das vielleicht gar nicht warm vorkommt damit ihnen das warm vorkommen könnte müsste die Oberfläche wärmer sein als die Oberfläche ihrer Haut und so warm muss eine Fußbodenheizung eigentlich gar nicht mehr sein da reichen vielleicht 27 28 Grad Oberflächentemperatur vielleicht auch weniger damit das ausreicht als Raumheizung und dann kommt ihnen die gar nicht so unbedingt warm vor alte Fußbodenheizung in schlecht gedämmten Häusern mussten mehr powern und die waren wirklich warm da hat man dicke Beine bekommen und war auch nicht gut für Krampfadern oder hat Krampfaderbildung unterstützt das darf man sich nicht mehr vorstellen in neuen modernen Häusern ist die Oberflächentemperatur liegt vielleicht so bei 26 bis 28 Grad Celsius das heißt niedriger als die Oberflächentemperatur ihrer Haut reicht aus auf die Nachteile werden wir noch zu sprechen kommen das ist nämlich ein relativ träges System und so ein träges System hat immer dann ein Problem wenn sie vielleicht jetzt so in den Übergangsmonaten morgens ist es sehr kalt dann wollen sie heizen die Fußbodenheizung läuft mittags scheint die Sonne sie haben große solare Einträge dann brauchen sie gar nicht mehr so viel Wärme aber die Fußbodenheizung ist immer noch warm die die heizt ja nach wenn sie die abstalten dann fließt kein Wasser mehr durch aber da steckt viel Wärme Energie drin die erstmal da raus muss damit die nicht mehr heizt die Fußbodenheizung es ist also ein sehr träges System was in den Übergangsmonaten dazu führen kann also Übergang zwischen Sommer und Winter zwischen nicht heizen und heizen dass es zu Überhitzungseffekten kommen kann wenn mittags dann die Sonne scheint das System ist träge in beide Richtungen also es ist ich sag mal so ein massiver zement gebundener Estrich wenn ich den nicht beheize ist das auch Speichermasse also dann kann ich das auch nutzen ja zur Kühlung oder zu langsamer Erwärmung im Sommer wenn die Sonne reinscheint ich könnte das System im Prinzip auch nutzen um aktiv zu kühlen also wenn ich kaltes Wasser da durch laufen lasse dann kann ich im Sommer im Prinzip auch mit dem System kühlen ist von der thermischen Behaglichkeit nicht so das Optimum weil kalte Füße ist immer so eine Sache hat man nicht gern da hat man eher die Kälte so im Kopf Bereich insofern prinzipiell kann ich es auch zur Kühlung nehmen oder ich habe sie vielleicht auch falsch verstanden das kann sein ok gut prima also Wärmestrahlung prinzipiell dritter Transportmechanismus steckt mit drin werden wir nicht separat explizit berechnen so und jetzt kommen ein paar Aufgaben so zur Rechenübung das überlasse ich wieder Ihnen in der Aufgabe sollen sie mal auftragen die Wärmeleitfähigkeit über die Rohdichte von Stoffen sollen also einfach mal im Tabellenbuch mal nachschauen da gibt es wie gesagt dieses ausführliche Kapitel mit ganz vielen Baustoffen und der Wärmeleitfähigkeit dazu und der Rohdichte mal verschiedene Stoffe die im Baubereich üblich sind angefangen bei Aluminium Stahl Stahlbeton und so weiter mal auftragen die Rohdichte gegenüber der Wärmeleitfähigkeit machen sie das erstmal ohne den QR-Code weil da ist die Lösung weiß nicht ob sie GeoGebra kennen vielleicht aus der Schule ob sie ihr Mathelehrer damit schon gequält hat jedenfalls ein kostenloses Tool wo man relativ Diagramme und Tabellen wie auch immer da ist dann schon mal die Lösung drin über den QR-Code und dann können sich ja mal Gedanken machen ob sie da einen Zusammenhang sehen zwischen diesen Baustoffen darum geht es mir eigentlich ob man da gewisse allgemeine Erkenntnisse rausnehmen kann was Rohdichte im Verhältnis zur Wärmeleitfähigkeit angeht als Nachbereitung dann werden wir immer wieder und das ist jetzt nur so der Einstieg um mal zu sehen in welchem Bereich liegen denn typische Wärmedämmstoffe was die Wärmeleitfähigkeit Lambda angeht hier oben ist die Wärmeleitfähigkeit zu finden je kleiner desto besser ist der Dämmstoff das heißt wir sehen viele Dämmstoffe sind in einem bestimmten Bereich angesiedelt wir haben übliche Dämmstoffe jetzt Kunststoffdämmungen das sind so Polystyroldämmstoffe expandiert das ist dann XPS oder ne Quatsch expandiert ist EPS oder extrudiert ist XPS wir gucken uns das unter Mikrofon Mikrofon genau wir gucken uns das unter Mikroskop auch noch an wie die Struktur ist dazu da können wir dann sehen okay in dem Bereich liegt so die Wärmeleitfähigkeit dieser Dämmstoffe ein anderer Dämmstoff andere Materialkategorie Mineralfaserdämmungen die liegen da was haben wir noch an an üblichen Dämmstoffen naja man kann Zellulosefasern vielleicht noch erwähnen erwähnen weil das geht in die Richtung regenerative Rohstoffe Zellulose wenn Sie sich das jetzt mal anschauen Schaumglas ist auch noch ein gebräuchlicher Dämmstoff mit Schafwolle dämmen doch die wenigsten im Moment Holzfaserdämmstoffe gibt es auch die liegen in einem anderen Bereich aber wenn wir uns das mal anschauen dann sehen wir viele dieser Stoffe liegen eigentlich so in dem Bereich das heißt wenn Sie sich eine Zahl merken wollen wenn es in Ihrer Planungspraxis später oder bei der Vordimensionierung Ihres Projekthauses darum geht wie gut dämmt denn den Dämmstoff und Sie merken sich 0,04 liegen Sie immer richtig das schwankt dann ein bisschen nach unten ein bisschen nach oben aber in dem Bereich werden Sie landen das heißt Sie müssen in einem ersten Schritt der Architekt hat eine erste Idee Sie müssen jetzt eine erste Idee für ein Energiekonzept entwickeln da wird Ihnen keiner beantworten ob das jetzt ein EPS XPS Mineralfaserdämmstoff oder Zellulose ist ist aber auch egal weil die Wärmeleitfähigkeit eigentlich immer im gleichen Bereich liegt 0,04 plus minus wir sehen hier so eine Aufteilung der Dämmstoffe in anorganische und organische Dämmstoffe das ist dann auch so ein Thema eine Schnittmenge zur Baustoffkunde bei Herrn Breitbach wo Sie das dann nochmal ausführlich behandeln werden an organisch und organische Baumaterialien so und dann wenn Sie sagen okay ich habe es kapiert dann versuchen Sie sich doch einfach mal an der Aufgabe hier jetzt ist so die Frage haben Sie schon Erfahrung können Sie Zeichnungen lesen erkennen Sie was das da links sein soll das ist der Querschnitt der Vertikalschnitt durch eine Außenwand also man kann sich ich lasse jetzt mal die innere Putzschicht weg hier sind quasi Steine davor ist dann der Putz und außen davor hier ist also innen da ist außen außen davor ist eine Wärmedämmung mit dieser Schraffur das Material sehen Sie ja die Nummerierung das wäre so eine Detaildarstellung ein Detailschnitt durch eine Außenwand die im Bauwesen üblichen Schraffuren die finden Sie auch im Tabellenbuch vor den Baustoffen hier da geht es dann los mit den bautypischen Schraffuren und da sehen wir jetzt für Mauerwerk zum Beispiel die entsprechende Schraffur Mauerwerk künstlicher Stein also kein Bruchsteinmauerwerk sondern sowas wie ein Kalksandstein oder ein Bimsstein oder ein Ziegel und dann diese wabenartige Schraffur weiß gar nicht ob die hier drin ist ist eine Möglichkeit Dämmstoffe herzustellen oder darzustellen besser gesagt und zwar müsste das sein eigentlich ein ein Hartschaumdämmstoff also kein Mineralfaserdämmstoff sondern eher ein hartes Material also streng genommen die Schraffur nicht ganz richtig die ich hier rauskopiert habe aus einem Lehrbuch eine andere typische Darstellung von Dämmstoffen ist auch diese das kann man sich so als Matte vorstellen so habe ich es mir immer vorgestellt so diese gewundene Kurve das ist dann weicher Dämmstoff Mineralfaserdämmstoff das wäre dann so das Material 22 also das ist jetzt auch so der Beginn dass sie auch so ein bisschen Zeichnungen erkennen lesen interpretieren können selber skizzieren können da fangen wir jetzt auch mit an das wird in CAD natürlich auch auftauchen in den anderen baukonstruktiven Fächern auch auftauchen also hier wie gesagt ein Detailschnitt durch eine Außenwand tragendes Mauerwerk einen Innenputz eine Wärmedämmung einen Außenputz die Materialien sind angegeben da wo es wichtig ist ist die Rohdichte auch angegeben dann können Sie ja mal über die Fragen nachdenken das mal mitnehmen nach Hause ist jetzt die Frage wie viel Zeit stecken Sie rein wie viel Lust stecken Sie da rein alles gut wir sind ganz entspannt soll dazu dienen so ein bisschen die Begrifflichkeiten kennenzulernen das ist jetzt nicht der Kerngedanke der Bauphysik dass ich sage so und die Aufgabe ist jetzt die wichtigste von allen nein das ist sie nicht sie dient nur dazu so ein bisschen die Begriffe besser kennenzulernen Leistung Energie Wärmemenge gucken Sie sich das an überlegen Sie sich mal die Lösungsvideos sind da verlinkt finden Sie auch im OLAT Kurs eine andere Aufgabe dazu aber in die gleiche Richtung ist dann die hier auch das wie gesagt dient dazu die Begriffe Energiemenge Leistung so ein bisschen näher kennenzulernen ein bisschen Abschätzungsberechnungen durchzuführen damit Sie dann auch sehen okay so kompliziert ist das nicht ja das was wir jetzt hier was ich damit schon abschätzen kann nämlich hier die Frage welche Wärmestromdichte stellt sich ein welche Dicke der Dämmschicht wäre erforderlich um die Wärmestromdichte zu halbieren das sind ja schon alles relativ praxisnahe Fragestellungen und die können Sie mit den zwei drei Formeln die Sie schon kennengelernt haben oder die ich Ihnen gezeigt habe auch schon abschätzen und berechnen dafür dienen diese Aufgaben wie gesagt wir werden auch Aufgaben zusammenrechnen und das wird dann nochmal etwas komplizierter wie gesagt das ist jetzt so eine Bonusaufgabe wenn Sie sagen der Rest ist eigentlich alles Pille Palle eine Deckenkonstruktion ist hier dargestellt also ein Schnitt durch eine Decke Sie erkennen mit etwas Übung erkennen Sie hier die Stahlbetondecke die Schraffur dafür das ist also das tragende Element wir haben eben über Tragwerkslehre die Elemente ein bisschen gesprochen wir erkennen sonst gewisse auch konstruktiv erforderliche Elemente wir erkennen die Schicht Nummer 5 das ist eine Gletschschicht 4 ist dann eine Wärmedämmschicht 3 sind dann Folienbahnen die verhindern sollen dass der Estrich das ist die Schicht 2 da reinlaufen soll und darauf kommt dann die Nutzschicht Fliesenbelag zum Beispiel wie hier dargestellt und von unten eine Deckenbekleidung auch wieder aus den hier angegebenen Materialien da geht es vielleicht um eine Verbesserung der Schalldämmung insofern Schicht 7 schalldämmende Mineralwolleinlage ist eben aber auch eine Wärmedämmung und so weiter das Ganze hat auch konstruktive Elemente so könnte so eine Decke vielleicht aussehen und wie sieht das in der Fläche aus im Grundriss wenn ich eine Fußbodenheizung mache muss ich ja Warmwasserleitungen verlegen und das sind jetzt hier die Warmwasserleitungen wir haben einen sogenannten Vorlauf da fließt das warme Wasser rein und wir haben einen Rücklauf da fließt das etwas kühlere Wasser wieder zurück zur Heizwärmeerzeugung und auf dem Weg im Raum wird dann das warme Wasser immer kälter und kälter und Sie sehen dass das dann nicht so ich meine ich muss ja rein und raus kommen deswegen überspringe ich quasi immer zwei Schichten ich gehe jetzt mal weiter 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 so und in der Mitte wird es dann irgendwann kalt und fließt wieder zurück und wieder nach draußen und auf dem Weg verliert das Wasser Wärmemenge an den Raum wenn ich weiß wie viele Liter das sind weiß ich wie viel Wärmemenge abgegeben wird ja wunderbar wenn ich die Schleifen so anordne wie hier dargestellt dann verteilt sich das relativ homogen im Raum wenn ich die in einer anderen Form da ablege so vielleicht dann sehen Sie dass die meiste dass der Fußboden im Bereich des Fensters ja oben wäre jetzt ein Fenster dass die meiste Wärmemenge im Bereich des Fensters abgegeben wird insgesamt im Raum gesehen die gleiche Wärmemenge aber ich verteile die anders im Raum da sich da wo die meiste kalte Luft sozusagen reinfällt im Bereich des Fensters die Luft am ehesten erwärme das heißt ich verteile die nur anders im Raum und ganz rechts dargestellt eine andere Möglichkeit eine weitere Möglichkeit so eine Heizschleife Heizschlaufe zu verlegen im Raum die Wärmemenge die in den Raum abgegeben wird ist die gleiche in allen drei Fällen so kann so ein konstruktiver Aufbau aussehen ja hier sind die die Rohre mit Vor- und Rücklauf kommen noch ein paar mal die Begriffe also warmes Wasser und kühleres Wasser je nachdem welchen Aufbau ich jetzt da wählen möchte nassestrig oder ein Trockenestrig nämlich unterschiedliche Konstruktionen und die Frage wäre jetzt hier zum Beispiel hier dargestellt und da geht es so ein bisschen um eine Vertiefung dessen Heizleistung wie viel Wasser muss da fließen damit ich eine bestimmte Heizleistung habe im Raum wenn ich eine Vor- und Rücklauftemperatur habe also das so ein bisschen eine kniffligere ambitioniertere Aufgabe für die die sagen der Rest ist alles Pille Palle die gucken sich das gerne an wenn Sie sagen wo ist das Problem dann ist gut das wollen wir erreichen ich will ja keine Probleme machen sondern welche lösen dann besser geht es nicht und wenn Sie Fragen haben nehmen Sie die Bitte mit in die Freitagsveranstaltung rein so das war das Kapitel A1 te comentarios t branche hier 遊